Der Druck auf Borussia Mönchengladbach wächst. Die Erwartungshaltung an die Mannschaft ist hoch, besonders was die Heimspiele angeht. Schon vor der Saison stellte Vereinspräsident Rainer Bonhoff unmissverständlich klar, dass der Borussia-Park wieder zu einer unüberwindbaren Festung werden muss. Doch bislang blieb der erhoffte Durchbruch aus. Und das nagt am Stolz des Traditionsklubs. Rainer Bonhoff, der als Spieler selbst Teil der legendären Gladbacher Zeiten am Bökelberg war, erinnerte die Mannschaft daran, wie es früher war, wenn Gastmannschaften im alten Stadion antreten mussten. Damals, so sagte Bonhoff kürzlich, wollte niemand gerne gegen uns spielen. Wenn die Gegner durch den Tunnel kamen und das Geklapper unserer Stollen hörten, wussten sie, dass es kein Vergnügen werden würde. Diese Mentalität fordert er nun zurück. Der Borussia-Park soll wieder zu einem gefürchteten Ort werden, an dem sich die Gegner schwer tun, Punkte zu entführen. Die Botschaft ist klar. Heimspiele müssen wieder eine absolute Stärke von Borussia Mönchengladbach werden. Doch die Realität sieht momentan noch anders aus. Die Statistiken der letzten Saison sind niederschmetternd. Von 17 Heimspielen konnte die Borussia lediglich fünf Partien gewinnen. Der letzte Heimsieg liegt sogar schon über 200 Tage zurück. Ein 5 zu 2 gegen den VfL Bochum im März 2024. Seitdem reiht sich eine Enttäuschung an die nächste. Umso dringlicher ist es, dass die Mannschaft von Trainer Gerardo Seohane jetzt endlich die geforderten Heimsiege einfährt. Besonders im bevorstehenden Spiel gegen den VfB Stuttgart steht die Mannschaft in der Pflicht. Es ist nicht nur ein Duell gegen den Vizemeister, sondern auch eine Gelegenheit, den Negativtrend im eigenen Stadion zu stoppen. Beim Saisonauftakt gegen Bayer Leverkusen war bereits ein neuer kämpferischer Geist zu spüren. Trotz der unglücklichen 2 zu 3 Niederlage war der Wille der Mannschaft, das Spiel zu drehen, erkennbar. Doch Kampf allein reicht nicht. Am Ende zählen Ergebnisse. Und genau hier hat Gladbach in den letzten Monaten vor heimischer Kulisse zu oft versagt. Trainer Seohane zeigt sich trotz allem optimistisch. Nach dem 2 zu 0 Auswärtserfolg gegen den VfL Bochum und dem souveränen 3 zu 1 Sieg im DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue sieht er die Mannschaft auf einem guten Weg. Natürlich hätten wir uns zuletzt mehr Heimsiege gewünscht, sagte Seohane im Gespräch. Aber wir fühlen uns mit den Fans im Rücken im Borussia-Park sehr wohl. Dieses Heimatgefühl muss ein Vorteil sein, den wir besser nutzen. Die Fans geben uns die Energie, die wir auf dem Platz brauchen. Seohane betont zudem, dass es für seine Spieler keine größere Motivation gäbe, als vor ausverkauftem Haus im Borussia-Park zu spielen. Doch genau darin liegt auch der Druck. Die Fans erwarten nicht nur Einsatz, sondern auch Ergebnisse. Die Geduld am Niederrhein ist begrenzt und die Anhänger wollen endlich wieder Heimsiege feiern. Es ist ein Teufelskreis. Fehlende Erfolge dämpfen die Euphorie und ohne Euphorie fällt es den Spielern schwerer, über sich hinauszuwachsen. Mit dem Spiel gegen Stuttgart steht nun ein Härtetest an. Die Stuttgarter sind stark in die Saison gestartet und gelten als eines der formstärksten Teams der Liga. Doch genau in solchen Spielen muss Gladbach zeigen, dass sie auch im eigenen Stadion wieder zur Macht werden können. Die Qualitäten dafür sind zweifellos vorhanden. Mit Spielern wie Alassane Pli, Frank Honorat und Neuzugang Tim Kleindienst verfügt die Borussia über eine starke Offensive. Es liegt nun an der Mannschaft, das Vertrauen von Präsident Bohnhof und den Fans zurückzuzahlen. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob Gladbach die Kehrtwende schafft und den Borussia-Park wieder zu einer uneinnehmbaren Festung macht. Das Potenzial dazu ist da. Doch am Ende zählen nur die Ergebnisse. Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Der Bossbefehl steht. Und die Mannschaft muss jetzt liefern. Was meint ihr? Kann Borussia Mönchengladbach den Borussia-Park wieder zu einer Festung machen? Glaubt ihr an einen Heimsieg gegen Stuttgart? Lasst uns eure Meinungen in den Kommentaren wissen.